1 down, 1 down, BAM! Okay, 3-2-1, gut. Ich glaube ich gehe auf. Du musst doch schon mal üben für Power-Online sein. Du kannst ja jetzt nicht aufgehen. Doch. Ich habe erst nächste Woche, Freitag mache ich schön 5 Fässer alle trinken. 5 Fässer? Nein, nein. Wenn, ne. Mit meinen Kollegas. Jeder 5, oder wie? Ne, wir sind so...